Hallo und herzlich willkommen zu Regen Tower Games. Es geht weiter mit dem schönen, wie viele Tage sind das? 500? 400. 400 Tage Walking Dead Zusatz Specials Zeugs. Ich habe letztes Mal Wyatt gefuckackt und jetzt sucht sich Gones einen aus. Ich bin übrigens nicht Johannes Wort und Gones spielt jetzt hier entweder Wins, Shell, Bonnie oder Russell Crowe. Und ich wähle Wins, weil wenn ich das jetzt alleine gespielt hätte, hätte ich auch einfach vorne angefangen, wenn ich ein langweiliger vorne Anfänger bin und darum mache ich das jetzt auch einfach und habe Angst vor Wins. Aber es sieht aus wie eine Bar, das finde ich gut. Darum hast du ja auch immer das linke Pokémon als erstes genommen. Richtig, nein, das in der Mitte. Echt? Klar, die goldene Mitte geht vor. Links war rechts, aber die goldene Mitte geht vor. Geht, 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 geht vor. Der bekannte Spruch aus Mario. Verdammt, ich habe gesagt, ich habe bereits gesagt, es war nicht ich, Mann. Mann, komm mal. Ich habe dich über 20 Mal gesagt. Ich habe überhaupt nicht weiß, dass du Ruck... Ich habe dir gesagt, es war nicht so. Shit. Oh, fuck. Achso, das ist gerade auch davor mal wieder. Winst, Tag 2. Ey, spielt das im Knast? Ich bin nicht mehr so, was ich? Du hast das nicht mehr so, was ich? 2 Stunden. Du denkst, es wird sich schon wieder aufstehen? Was ist der Trafik? Sie sollten sich da bei der Pen eine Stunde vorhin. Ich werde das nicht aufstehen. Oh, relax. Ist das nicht dein Wunsch? Ja, das ist das. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Du kennst es. Jesus you guys you gonna make me yeah hey Vince Justin's gonna make me it's too hot this shit I'm making him hot now yeah I got that Latin heat you can't resist come here boy you guys ever gonna quit how else we get a pass the time hey man how about you open a fucking window it's a prison bus asshole window hey Justin that guy in the beat-up truck right I bet he lives in that truck now you probably got his whole house life savings shit I bet you stole his dog you steal his dog man I wasn't stealing from guys like that anyway better than stealing his virginity hey how many times I gotta tell you here we go seriously I was falsely accused how old was she 15 damn it it ain't like that you're telling me there wasn't a star witness I'm shocked we're all in the same boat here what's the point of arguing the point is I'm not like that I'm afraid to say I'm really missing my girlfriend right now I'm guessing she's pretty pissed at you it's worse than that man she won't talk to me I haven't heard her voice in months she's really messing with me like for real just let it go man I want to but you know I love her man you should call her up when we get there you gotta face that shit no you're right man first call I get Danny I know you don't realize this because you're you but you probably ruin that poor girl's life you piece of shit big talk from white collar back there how many lives you wrecked kid who cares hotter than hell up in here I'm getting dehydrated hey how about some water back here shut up I thought you took the stand cried your eyes out telling you again didn't you lose your shit and tell them you didn't know what you were doing I lied turns out I'm good at that you lied on the stand see that's the kind of shit I could never do religious no man watch a lot of cop shows nope money what then it just ain't right it's a tough call why do more time than you need to gotta stay clean man says the criminal you want to know the funny thing I don't regret any of it I carried my victims for years they knew what they were getting into and now here I am and there they are and Wall Street assholes pulling the same scores are smiling on TV fuck that how did it all work anyway it was like up here I'm missing aren't those kind of shit it was a really good pyramid scheme good shit is still shit this was some pretty elegant shit how'd you live with yourself easy I didn't think about it how much did you make off with anyway enough so like couple hundred K a little over a hundred million god damn boy oh when we get out of here you me and Vince we gotta go into business know what I'm saying you know I don't actually know a thing about you Vince maybe he's a priest yeah father Vincent but he touched a kid you can't help my little brother they send you to prison for that now he was in trouble I had to help him out I know it was something stupid you regretted man if you're saying what I think you are I got respect for you that's a hard thing to carry you know every day so what are you gonna do yeah I feel you how'd they get you through the gun in the trash and some stupid dog knocked the can over the next day kid found it and turned it in you got to be kidding me man you're bad luck Vince bad luck Vince haha that's not bad where you think Justin what the fuck are you gonna do about you fuck me fuck you motherfucker oh man right hell is going on grab tree knock it off yeah hey get in there man anyone know this guy nah man no idea damn it crap tree don't make me come back he's gonna kill him Vince let the guard handle it guys fuck that we we gotta get in there you do not want to get in the middle of that shit Danny Vince we gotta do something you know this ain't right I'm not doing any more time to say some stupid ass help him Danny what's that speak up boy I can't change too short crab tree I'm warning you one last time boy got damn it boy got damn it boy got damn it boy get back there okay asshole let him go go between him got damn it he's gonna kill that boy crap tree last morning he's like that's not gonna get out oh god damn it I don't know what the fuck was that fuck Jesus what the happened what did you do boy got damn it boy answer me back there that guy's still alive get those cuffs off him man what the hell was that he he made a move on me I don't know he made a move or you don't know which one this is crazy nobody had to die this is what happens when you give guns to assholes he's uh fucking fuck you gotta call someone man what I'm calling this in don't don't call it anything just man just wait okay just give me a damn minute he might still be alive call a damn ambulance man I just need a minute I need a minute to think you ain't got a minute shut up you hear me just shut your mouth okay okay calm down take it easy I'll calm down when you quit running your fucking mouth everybody needs to calm the fuck down situation's bad enough as it is he's right let's all just take it down a notch okay you really want to pull that trigger again son thanks man what the fuck let's get off the zombie shes in the house chuck 2 did you see that i saw it yeah you gotta get us the hell out of you're not going anywhere fuck that get this bus moving hey driver let's go man we're staying right here we're safe inside the bus oh my god hey hey you need to call someone you hear me we need to did he just bail on fuck jesus fuck some what the hell man back up back up fuck back in half back in half back in half it's not going to be a bad back in half shit what are we doing guys come on we gotta do something I'm trying to think find a weapon what kind of weapon where's the guards gun yeah yeah the gun good thinking Justin where the fuck is it i think he fell on his underneath it Der wurde gebissen. Das musst du grad gar nicht machen, ne? Ne, 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 dieses Neue ist der. Hä? Man, du Schwachmat. Nein. Nein! Schraub diesen Scheiß über den Kopf! Oh! Schau es, Mann! Entschuldigung, ich bin sorry. Mann, ich kann nicht glauben, dass das Scheiß... Kannst du das Scheiß, Mann? Nein. Wir müssen einen Weg finden, um rauszukommen. Ach genau, die Wache hat doch bestimmt auch einen Schlüssel. Musst du keine Munition verschwenden. Was machst du? Wir können nichts tun, bis wir aus diesen verdammten Schrauben kommen. Er hat aber nichts zum Sorge. Nichts. Na ja, Scheiße! Wenn die Schlüsse nicht auf ihm sind, dann woher sind sie denn? Er muss sie vorbeiget haben. Vielleicht haben wir endlich eine Pause. Danny, bitte! Hey, buddy! Was die... Was die... Goddammit, Danny! Du hast immer den Scheiß auf dich, Mann! Wir müssen hier raus, bevor noch mehr von ihnen kommen. Ja, sie ist auf der Scheiß-Kettin. Das wird nicht halten. Bits! Fire die Scheiß! Ich weiß, dass die Scheiß-Kettin ist, oder? Ich weiß, dass die Scheiß-Kettin ist. Ich weiß, dass die Scheiß nicht funktioniert. Scheiße. Was soll ich jetzt machen? Auf die Halterung. Ja, aber kann ich nicht. Ich könnte nur angucken. Geht nicht. Was ist jetzt hier? Hä? Was ist jetzt hier? Mach's bei dir. Warum? Warum? Warum ist deine Entscheidung, ne? Was ist das für ein Kack? Hey! Ich weiß, dass du ein guter Mann bist. Mach's bei dem neben einem Arne. Mach's bei dem neben einem Arne. Mach's bei dem neben einem Arne. Mach's! Mach's bei dem neben einem Arne. Ich weiß, dass ich hier nicht bin. Aber er sagt, er war's nicht. Und er sagt, er war's nicht. Und er findet's geil. Ich hab's bei dir nicht. Nein, 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 nein! Du kannst nicht! Vince, ich habe eine Familie. Bitte! Kann ich irgendwas anderes machen? Nein, Mann, mach jetzt einfach. Shit! Boah! Alter! Hilf dir doch wenigstens! Der hatte auch einen Fuß nicht. Ich hasse dieses Spiel. Ja, ist voll schlimm, ne? Wir dachten, wir sind durch. Ja, das war Vince. Das war Vince. Es bleiben noch drei. Sheila, Bonnie und Russell. Johannesburg ist wieder dran beim nächsten Mal. Oh mein Gott! Mal sehen, was da passieren wird. Oh mein Gott! Werden Tower! Werden Tower! Werden Tower! Gamer! Gehs!